herzlich willkommen in seiten die die welt nicht braucht heute folge 15 glaube ich mittlerweile ja gibt das immer wieder neue seite die ich finde in internet die sinnlos sind ich zeige sofort die seite heißt falling falling.com ja die seite ist einfach nutzlos wie immer und wie ihr seht passiert nicht anders sind diese blätter die runter fallen die runter fallen die runter fallen ich bin auch runter gefahren ja die seite ist nutzlos falling falling ich poste die beschreibung den link unter der beschreibung unten bis zum nächsten mal und pass auf und nicht zu fallen weil die seite tschüss